Regel Nummer 1, Dalu ist immer Sass. Regel Nummer 2, Therste ist immer, immer Sass. Sehr gut, sehr gut. Egal, egal. Ja, keine Waffe diesmal, ne? Weißt du nicht, Luki. Du bist aber gerade gut weggegangen. Das ist ja PC machen. Ja, und mir eine Waffenversorgung. Michael, jetzt gehst du Botanik und drückst, und ich drück hier, okay? Auf gar keinen Fall. Doch, bitte, bitte, wirklich. Geh Botanik. Hallo. Hi. Äh, da, das ist doch noch okay. Ich geh selber. Rot ist übrigens Sass. Ja, wer, wer hätte gedacht? Um mir zu vertrauen, will ich hier hinweg nicht mehr. Ich glaube nicht so gut aus. Das ist so eine ätzende Task, kann ich nicht mehr. Habe ich schon? Kannst du mir das zurückgeben? Die fällt ja jetzt nicht, ne? Ne, fertig. Ja? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 du Schlingel, du. Restaurant. Irgendwer hat das gerade robotiert. Ich bleib hier, ich bleib hier, ich bleib hier. Okay, Ehre. Da steht, try again. Wo hast du denn du hingeschickt, Suki? Restaurant. 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 Ich konnte das wenigstens noch fertig machen. Du kleines mieses Schwein! Hier hast du mit nächstes Mal umgebracht, egal, was er macht. Keine Angst, ich bin unbewaffnet, du zur Kontrolle. Ja. Wir machen das hier. Ja, natürlich machen wir das hier. Okay. Hoch, 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 und jetzt nach rechts. Rechts, 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 rechts. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir alle Punkte links, jetzt müssen wir rechts die Punkte machen. Muss jetzt sehr weit nach links. Weiter, 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 weiter. Links. Ja, so, so ist richtig. Und jetzt nach oben, nach oben. Der Appetit. Das ist so ein Jungeweine. Nein, dass ich wirklich darauf reinfalle. Ich würde ihn einfach wegdrücken sollen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ja, ich habe eine. Hilfe, Hilfe. Jetzt habe ich mir gestoppt ein Teppchen zu töten. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Jetzt habe ich leider keinen Schuss mehr. Mann! Ja, ja. Oh, der erste Dribble, die war nicht. Ich schieße nicht auf dich. Du? Schießt du auf mich? Nee, nee, nee. Du hast nicht auf dich erst. Du nicht so. Ich mache mich nicht so. Ja, aber ihr wisst doch gar nicht, was passiert ist. Nein, habe ich nicht. Du, ich habe gesehen, dass du Dado gekillt hast. Also, Dado, Dado, Dado. Hörtchen, Dado. Hörtchen. Hörtchen? 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 Ja, der hast du doch. Ich könnte mir vorstellen. Er hat den Schuss drin. Hörtchen? Hörtchen? Hey, gib mir auch einen Horten. Ah, wie viele Schüsse hatte er denn? Dado, dafür, dass du mir nicht was rausbekomme. Du hast doch irgendwie 10 oder so. Ich glaube, warte mal, was müssen wir noch machen? Ja, Scanner. Scanner, hier dann, let's go. Ja, let's go. Sind alle tot? Warte mal, es lebt, glaube ich, noch Smaggy. Smaggy lebt noch. Der zweite Imposter. Ich glaube immer, ich bin ein Kinder. Okay, stellst du dich auf? Smaggy lebt noch. Wenn Smaggy reinkommt, schreie ich, ja? Smaggy lebt noch. Wer war der andere Imposter eigentlich? Runter, 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 runter. Wer war der andere Imposter? Runter, runter, runter. Und links, links, links. Moment, wo ist Michael? Ja, stopp. Nach oben. Links, links, links. Nicht so viel, nicht so viel. Okay, warte, mit Gefühl. Mit Gefühl. Soll ich machen, lieber? Ist dir das lieber? Weiß nicht. Ja, tausend, ja. Ich schon. Schade. Sie haben erst einen von vier Punkten geschafft in zwei Minuten. Das ist doch nicht verloren. Runter. Stopp, runter. Stopp, runter. Stopp, runter. Wie gern ich die Task jetzt mit Flauschig machen würde und sie einfach dazu bringen würde. Ich hab gerade mal im Chat gefragt, dass ich überlege, dich zu töten. Ich konnte noch auf den Yes-Button drücken, bevor er mich getötet hat. Ich versuch's, dass du das gut leist. Alles gegeben. Alles gegeben. Oh, 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 oh. Immer bin ich der. Immer. Mann. Ist ja gar nicht. Es gibt noch einen besseren Spawn mittlerweile, Zupi. Den finde ich nicht. In Part 2. Wohl. 千, zack. Zack. Wohl, wohl. wohl, wohl. Wohl. Hij ist das nicht. Da hast du geknallt. Bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Ja, okay. Der ist halt auch wirklich Stassi. Terz, du wolltest mich umbringen. Der erste wollte mich umbringen. Okay. Der erste wollte mich umbringen. Einmal Botanik bitte drücken. Hey! Hä? Danke. Du hast mich. Okay, was du bei? zucki zucki ja vorsicht der der ist das der super stars da noch ein bisschen mehr als das fertig okay dann können wir jetzt analysis machen gehen oder so zuke steigt sich an hallo ssshh ssshh Suki hat mir gesagt, dass eben... Du bist böse und hab alle umgebracht, es leben nur noch zwei Leute, das sind du, ich und Suki und Suki ist hier versteckt. Ja, ich habe ihn hier in unserem Haus. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin hier in meinem Haus. Ja, ich bin hier in meinem Haus. Ich bin hier in meinem Haus. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Oh nein, Flasch ist tot. Oh, ich hätte mich doch verstecken sollen und die ganze Zeit auf Nein drücken sollen. Scheibenkleister. Was ist mit dem Scheiß Computer hier? Egal, ich habe zuerst getötet, alles gut. War eine gute Runde. Mann, Dalu ist einfach zu sneaky. Schlauschi, wir hätten Dalu als erstes töten. Wo ist Flauschi? Also wenn einer eine Shotgun hat, das ist dann so gemein. Hier bin ich, hier bin ich. Das Problem war, ich war noch da und dann bist du weggelaufen. Wir hätten ihn zu zweit killen müssen. Ich wollte ihn von hinten töten. Ich habe die ganze Zeit nach dir geschrien. Suki, Suki, Suki. Zu zweit hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, wir hätten ihn zu zweit holen müssen. Du musst halt übel sein, Leute. Du musst jetzt richtig reingrinden. Es hätte auch sein können, dass Suki eine Waffe oder so findet. Ey, das ist ein Witz! Okay, ich gebe es auf. Die Computer sind kaputt. Suki, weißt du, warum ich Panik geschoben habe? Weil er geschrien hat, Suki schleicht sich an! Suki schleicht sich an! Ich habe gehört, wo du dich versteckt hast und ich habe dich beim Schleichen gesehen. Ich hatte aber keine Waffe, um dich zu erschießen. Oh Mann, Suki hat mich richtig verarscht. Ja, der ist immer so diabolisch. Ich meine, der folgt. Das macht mir so Angst. Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Folie zu lieben. Mann! Aber schön, dass wir mal ne Killerrunde zusammen hatten. Ja, das war auch sehr schön. Und jetzt töte ich dich alleine, weil jetzt bin nur ich Dissident und du nicht. Nein, sag doch so was nicht. Okay, mach ich nicht. Sag doch so was nicht. Wuhki wuhki! Ja, Dalu, Schmalu! Bist du doch wieder böse? Nein, leider nicht. Warum nicht? Dalu hat eine Waffe gefunden. Er hat recht? Oh Mann. Oh Mann. Es ist nichts zu finden. Oh Mann. Warum wird er eigentlich von Thirsty verfolgt? Okay, jetzt mach ich nicht. Äh, Scanner... Ich hab einen. Ich hab einen. Ich brauch auch einen. Ich brauch auch einen. Hör mal, ach der in Analytics. Pizi, Pizi. Leih mir den Schraubendreher, Suki. Ich hab keinen. Kann mir einen Schraubendreher leihen. Ich hab nur zwei Gläser. So. Sinon und Z. Was ist das denn? Ach, Gelb. Gelb. Und Weiß. Welche Farbe hast du? Äh, ich hab gerade Gelb. Okay, ich weiß. Was ist da noch? Oh. Hier ist Weiß. Hast du noch? Du hast Weiß. Ich brauch Grün. Grün. Grün, Weiß und Rot. Weiß und Rot. Okay, warte. Mal das hier. Weiß und Rot. Weiß und Rot müssen wir mixen. Dann schicke ich das hier schon mal ab. So, wie hast du eine Waffe? Sind die hast du eine Waffe? Die habe ich nicht. Aber wo packe ich Weiß jetzt rein? Ja, da ist doch richtig. Hier. Ja, und dann hier auf dem Knopf drücken. Achso. Weiß und Rot. Warte. Welche hast du jetzt geholt? Ich habe jetzt Weiß. Okay, Rot und Grün. Warte, hol noch mal Grün. Hm. Weiß und Rot. Warte. Ich kann nur eine mit mir tragen. Ich habe Waffe bei mir. Ruhig Rot und Grün. Rot. Ist das Grün? Grün. Grün. Ein Weiß reparieren. Zwei fehlen noch. Wo ist Suki? Ja. Die ist hier bei mir. Ja, gut. Kann gleich einer von euch mitkommen? Scanner, wenn ihr fertig seid? Ja, warte. Rot und Grün. Ne. Wo ist wer hier? Wo ist... Knecht, ihr habt noch eins in der Hand. Aber was... Du hast Grün. Okay. Es fehlt noch eins. Es fehlt nur noch Weiß. Es fehlt nur noch Weiß. Nein. Weil bei Michael weiß man das nicht. Ja, Michael ist sehr, sehr ruhig. Der redet drücken. Ja, Michael spielt da gerade auch zum gefühlt ersten Mal. Deswegen kann man das nicht einsetzen. Okay, jetzt brauche ich dann einen beim Scanner. Okay. Okay. Fertig? Fertig, ja. Ja. Punkt. Scanner. Ich habe keine Waffe. Einer muss... Ich habe einen Schraubendreher. Aber ich kann einen Fisch mitnehmen. Ich nehme einen Fisch mit. Hier. Ja. Oh, ein Messer, danke. Ich habe einen guten Fisch. Ja, Messer. So, Dallu gibst du mir den Schraubendreher? Ja, warte. Dann muss ich aber einen neuen Fisch holen. Hier, hier. Warte, Dallu. Hier. Hier. Die Waffe. Perfekt. Gut, gut. Dann nehme ich... Willst du machen und ich... Sag dir oder wie? Ne, mach du. Stell dich drauf. Guck mal in meine Richtung. Runter. Ganz weit runter. Runter, 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 runter. Weiter, viel weiter. Es ist wirklich... Der Punkt ist ganz unten. Okay, ganz klar ein Stück hoch. Noch ein Stück. Ein Stück weiter. Jetzt schneller. Dallu, du blöde Schwein! Dallu, du blöde Schwein! Ich hasse dich! Dallu, so ein Schwein. Ich gebe ihm noch das Messer, ey. Ich gebe ihm noch das Messer. Ich gebe ihm noch das Messer, dieses blöde... Du blöde Schwein. Mein Chef mag eure Unterhaltung. Macht weiter. Dallu, so ein gemeines Schwein. Das sagt die, die die ganze Zeit hier... Die, die mutet. Das ist so ein guter Schwein. Dallu, und? Dallu, und? Dir gebe ich noch das Messer, ne? Du blöde Kur! Warum schießt die Waffe nicht die hier nach? Warst du der Zweite? Vielleicht war die Lea Knechti. Nee, das ist so ein bisschen. Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Sophie, du hast ihm das Messer gegeben. Da sind vier so eine Verteidigung gegeben. Aber ich bin auch ein bisschen stolz. Weil sie sind so schnell groß. Ich vertraue nicht mehr. Ich habe die Regel Nummer 1 missachtet. Regel Nummer 1, Dallu ist immer Sass. Vertraue niemals Dallu. Innocent! Ich bin jetzt ein guter, Leute. Vertraue niemals Dallu. Vertraue niemals Dallu. Vertraue niemals Dallu. Wenn es gerne brechen. Auf, hier... Traue nicht bei mir meinen Scanner. Ja, wenn ich eine Waffe habe ich gern mit dir Scanner. Ich würde ihn nicht befreuen. Nee, ich traue aber eigentlich nicht. was war das warum versteckst du die da vorne das wäre auch so schlecht ja natürlich ich kann es nicht Ich kann das hier. Hahaha. Hallo, Hallo, Klippi ist es. Klippi wollte mich gerade erschießen und hat Dings versteckt. Was hat er versteckt? Er wollte mich gerade mit der Waffe erschießen. Und was hat er versteckt? Hallo. Was denn? Was hat er versteckt? Ja, so ein Dings da. Dieses Explosionsding. Eins, zwei, drei. Noch drei Flaschen fehlen. Bist du böse? Was? Michael, hör mir zu. Klippi ist es. Wenn ich es wäre, würde ich es dir auch nicht sagen. Klippi ist es. Klippi ist es. Klippi ist es. Er wollte mich töten. Und er hat so ein Gas-Dings versteckt. Ich habe keine Waffe, aber er ist es. Er ist es. Okay. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit in den Tod! Du Sau! Dich nehm ich mit dir den Hut! Dich nehm ich mit! Dich nehm ich mit! Als ob du mich tötest, ich hab' ich mitgenommen! Aber ich hab' dich erwischt! Ich hab' dich erwischt! Ich hab' dich auch erwischt! Wieso hattest du den Auslöser? Tja! Ich geh' erstmal lieber wieder zu Terz, weil Terz war traurig. Tja! Ich hab' immer nur 24 gefunden, aber die haben den Auslöser. Tja, dich hab' ich mitgenommen. Entschuldigung, nie hab' ich gar keine Auslöser gesehen. Ich hatte den! Der wollte mich töten und ich hab' ihn mitgenommen in den Tod. Er wollte mich töten, ne Suki. Er wollte mich töten, wirft aus Versehen die Waffe vor meine Füßen. Und ich dachte, er will mir die geben. Dann will ich die aufheben, dann hebt er die schneller auf und es schützt mich. Das war so erwärmlich. Ich gestorben. Ich dachte mit rechts, ich dachte mit rechts zielt man! Schade! Ich hätte gerne noch Clippy mitgenommen. Ja, ja. Ja, ja, die beiden im Foster. Der Clippy hat offensichtlich was versteckt und er hat eine Waffe aufgehoben und mich nicht getroffen. Der Clippy ist total komisch der erste. Lass mal gucken, wo der letzte ist. Da! Genau! Ach Clippy! Ach Clippy! Der ist weg! Ja! 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 Weil er sagt noch so, warum hast du die Kars? Wirft das weg? Ja! 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 Der ist sauber? Nee, ne? Nee! Ich glaub nicht. Nee, macht ja keinen Sinn. Also Stado meinti, Clippy ist böse. Da ist gerade schon wieder einer. Nein! 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 Stado! Nein! Hallo, wie sicher bist du dir mit Clippy? Suki hat gesagt, das ist Clippy und du hast ja natürlich mehr gesehen. Die hat schon hier den Orangenen umgebracht und dann hat sie mit der Waffe auf sich geschossen und dann hat sie den Dorit und dann hat sie jetzt erzählt, dass ich das bin. Ja, aber wir gehen doch jetzt nicht davon aus, dass beide Bösen schon tot sind, oder? Ja, weil Suki ja noch lebt. Achtung! Sicherheitsabstand! Suki ist böse. Ich fühl das aber schlau, ne? Suki, siehst du den roten Punkt bei ihm, oder was? Hä? Ich wusste, der wollte mich töten. Der ist aber verkackt. Ja, aber du siehst den roten Punkt nicht, ne? Nein, seh ich nicht. Aber er wollte mich töten. Ich hatte nur keine Waffe, um mich auszutöten. Ich hab den TNT gehabt und den Auslöser. Eigentlich wollte ich es da hinschmeißen. Ich bin den Auslöser liegen. Ich bin den Auslöser liegen. Klippi auch. Was? Ich hab nichts gemacht. Warum ich? Ich hab nichts gemacht. Das stimmt, der hat nichts hingekriegen. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Ich bin fertig. Okay, es ist Klippi. Es ist Klippi, es ist Klippi. Äh, wenn der blau sein muss. Ich warte nur mit dir, dass wir einen killen. Einer von denen ist es. Äh, Terte kann schliesslich sein. Mit Terte habe ich die Hälfte der Aufgabe gemacht. Klippi, du bist so ein Barker. Alter, ich hab zwei Stüsse gehabt bei der daneben gesellen. Alter, du bist so ein Barker. Alter, das war so scheinbar. Du hast es auch offensichtlich hier versteckt. Ja, ich hab die Wünschlechter in Posta und mich ist noch neu. Also, ich hab da schon wenig Angst. Wenn ich einem hier nicht mehr vertraue, von euch beiden, dann seid das ihr beide. Das müsste funktionieren. Ja, das machen wir schon mal. Das sollte funktionieren. Da ist er! Was ist denn? Ich bin wirklich, ich kann das nicht mehr. Ich hab Michael mit in den Tod genommen. Ja, ich hab's gesehen. Wer war's denn jetzt? Klippi? Klippi und Michael. Klippi hat zuerst den Fass versteckt. Das hab ich gesehen. Da hat er aber keine Waffe gefunden und nicht geschafft, mich zu täten. Ich bin so bagelt. Willi ich auf die Wind? Ich hab zuerst. Untertitelung des ZDF, 2020